Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrn-Werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es wert wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wenn du dein Traumheim endlich hast, dann gehört nicht nur das Haus selbst, sondern auch das Grundstück dir. Es bildet die Grundlage für dein Traumheim. Es gibt verschiedene Arten von Grundstücken. Ein städtisches, ein ländliches, ein flaches, ein Hanggrundstück, eins mit viel Vegetation herum, ein Grundstück mit einem einzigartigen Ausblick, ein Grundstück auf einem sandigen, lehmigen oder auch felsigen Boden. Doch eines haben sie gemeinsam. Überall könnte dein Traumheim stehen. In der dreiteiligen Serie zeige ich dir, wonach du überhaupt suchen sollst und wo du das Ganze auch finden wirst. Dann lass uns starten. Im ersten Schritt solltest du dir bereits Gedanken zum Standort gemacht haben. Welche Gemeinden kommen für dich in Frage, um dort sesshaft zu werden? Ist es eine Gemeinde, die zu dir passt oder gleich fünf? Je mehr du einschließen kannst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch schnell was findest. Bei der Grundstückssuche ist es ratsam, einen Architekten zur Beratung zu haben. Der Architekt muss nicht unbedingt derjenige sein, mit dem du dein Traumhaus später auch bauen wirst. Aber der große Vorteil von einem Architekten ist, dass er schnell das Potenzial von deinem Grundstück einschätzen kann und dich so zu deinem Traumheim beraten kann. Am besten schickst du alle Möglichkeiten, ohne diese zu filtern, ihm zu und er kann, ohne die Grundstücke zu besuchen und damit auch mit deutlich weniger Zeitaufwand, dir seine Meinung kundtun. Wonach solltest du überhaupt Ausschau halten? Hier kommen fünf Ideen. Erstens das Grundstück im Neubaugebiet. Immer wieder legen Gemeinden neue Neubaugebiete an. Diese sind in der Regel bereits voll erschlossen, haben schnelles Internet, Wasser, Abwasser und einen Gasanschluss. Manchmal auch Fernwärme oder Nahwärme. Die Umgebung besteht dabei aus Neubauten mit verschiedenen Qualitäten. Ganz unterschiedlich sind die Vorgaben im Bebauungsplan. Dieser gibt viele verschiedene Sachen vor, unter anderem die Anzahl der Geschosse, die Dachform bzw. auch die Dachneigung. Es gibt dabei ganz starre, aber auch ganz weiche Bebauungspläne. Ab einer gewissen Größe in einem Neubaugebiet ist auch ein Kindergarten in der Nähe oder gleich im Neubaugebiet. In der Regel bieten diese Gebiete verschiedene Bauarten auf dem Grundstück an. Ein freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder auch ein Reihenhaus. Die Zuschnitte und auch die Flächen sind den einzelnen Bauarten angepasst und angemessen. Die Grundstücke gehören der Gemeinde oder sind in privater Hand. Hierbei ist es von Vorteil, wenn man ein Grundstück von der Gemeinde beziehen kann. Die Kosten sind in der Regel geringer und man muss auch keinen Makler bezahlen. Das ist wohl die einfachste Variante, ein Grundstück zu finden. Gleichzeitig hat man aber auch mehr Konkurrenz, denn diese Grundstücke sind heiß begehrt, was sich dann auch auf den Preis ausschlägt. Zweitens, die Baulücke. Immer wieder findet man selbst in gewachsenen städtischen Strukturen die ein oder andere Baulücke. Die Baulücke sind vielleicht auch nicht immer gleich als solche erkennbar. Wenn man an einem Ort aufgewachsen ist, dann nimmt man die auch gar nicht als solche wahr. Denn das war ja schon immer so. Gleichzeitig liegt hier auch ein großes Potenzial, denn die Baulücken hat nicht jeder gleich auf dem Schirm und dabei sollte auf jeden Fall ein Architekt vor dem Kauf drauf schauen. Ist kein Bebauungsplan vorhanden, so muss man sich an den § 34 im BauGB richten, der besagt, dass man sich der Umgebung und der umgehenden Struktur anpassen muss. Können die Abstandsflächen eingehalten werden? Wie groß ist der Bauspiegel? Da muss ein Architekt rein. Es kommt zwar auf die Baulücke drauf an, aber wenn die umgebenden Häuser vor 1970 gebaut wurden, dann kann man davon ausgehen, dass keine Gaserschließung vorhanden ist. Wasser und Abwasser sind vorhanden, aber ob schnelles Internet verlegt ist, muss man anfragen. Wenn die Gasleitung nicht vorhanden ist, dann fallen auch alle gasbetriebenen Heizvarianten aus. Es muss nicht Schlimmes bedeuten, aber es muss einem eben bewusst sein. Die Umgebung der Baulücke ist immer sehr individuell und kommt auf die Zeit an, in der das Gebiet erschlossen wurde. Oftmals sind aber genau das die interessanten Grundstücke mit viel Potenzial. Die Baulücken gehören meistens privaten Eigentümer, selten der Gemeinde. Die Preise sind sehr unterschiedlich, bewegen sich aber eher auf einem unteren Preisniveau. Da für die Baulücken nicht aktiv Werbung geschaltet wird, fallen hier keine Maklerkosten an. Die Größen können ganz unterschiedlich ausfallen, von ganz klein bis ganz groß, meistens aber eher deutlich kleiner als die Umgebung. Wenn man bedenkt, dass in den 70er Grundstücksgrößen von 650 Quadratmetern die Regel war, dann kann eine Baulücke in solch einem Gebiet gerne einmal 300 Quadratmeter haben, was ausreichend ist. Wer will denn schon eine Baulücke? fragst du dich vielleicht. Die Baulücke eignet sich super für Schnäppchenjäger und Individualisten, die von der Norm abweichen wollen. Preislich und architektonisch bieten die Baulücken viel Potenzial. Dritte Idee, den Bestand abreisen. Eine weitere unkonventionelle Art an ein Grundstück zu kommen, ist es, wenn man ein altes kleines Haus kauft, um dieses dann abzureisen. Das hört sich zunächst sehr aufwendig an, ist es aber eigentlich nicht. Du kannst einfach nach einem alten kleinen Haus Ausschau halten und wenn dieses verlassen ausschaut, dann die Nachbarn fragen, wer der Eigentümer ist. Meistens wissen die Nachbarn Bescheid und können erklären, warum das Haus verlassen wurde und wem es gehört. Oft sind Eigentümer verstorben und die Kinder haben keine Lust und Zeit, sich um das Haus bzw. um den Verkauf zu kümmern. Wenn du nun auf die Eigentümer zugehst und ihnen das Rundum-Sorglos-Poket anbietest, dann nehmen die es auch gerne an. Bei der Erschließung fällt es sich hier wie bei der Baulücke, dass man höchstwahrscheinlich auf Gas verzichten muss, wobei Internet eher nachgerüstet wurde bzw. wird. Die Umgebung ist ebenso wie bei der Baulücke gewachsen und voll mit älteren Häusern. Vor dem Kauf musst du dieses Haus bzw. Grundstück unter die Lupe nehmen. Ein Architekt an deiner Seite kann dir dafür Abhilfe sorgen. Er kann vor allem einschätzen, was der Abriss kostet, ob dieser aufwendig ist und welches Potenzial ein Neubau bietet. Der Kaufpreis inklusive Nebenkosten und Abriss sollte dann unter dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis liegen. Der Kaufpreis sollte also wirklich ein Schnäppchen sein, wenn der Mieter sich lohnt. Die Nebenkosten, die auf dich zukommen, sind folgende. Notarkosten, Grundbuchamt, inklusive Eintragung, Löschung etc., die Grunderwerbsteuer und die Maklerkotage. Je nach Bundesland kannst du also mit 9 bis 12 Prozent an Nebenkosten errechnen. Die Grunderwerbsteuer variiert je nach Bundesland. Wenn du aktiv wirst, zahlst du auch keine Maklerkotage und liegst beispielsweise in Baden-Württemberg bei circa 9 Prozent. Das Grundstück von dem alten Haus kann aber auch ganz groß sein. Und dann ist es auch eine Überlegung wert, das Haus zu kaufen und ein Teil davon wieder zu verkaufen, damit noch ein weiteres Haus in zweiter Lage gebaut wird. Ich kenne Bauherren, die solch ein Grundstück mit Bestand gekauft haben. Die haben dann den Bestand abgerissen, in zweiter Lage ihr Traumheim gebaut und vorne zur Straße hin ein Drei-Familien-Haus und vermieten die Wohnungen. Es gibt viele Möglichkeiten, damit kreativ umzugehen. 4. Unschöne Restgrundstücke. Das sind eigentlich meine Lieblingsgrundstücke. Die mag keiner. Die sehen unscheinbar aus und haben aber sehr viel Potenzial. Es können verschiedene Arten von Grundstücken sein. Schmal und lang, breit und tief, dreieckig, mehreckig, einfach unschön zugeschnitten. Es sind im Endeffekt Grundstücke, die am Ende der Straße übrig geblieben sind und wirklich keiner will die haben. Oftmals gehören die Grundstücke der Gemeinde. Die bekommen die nicht verkauft und müssen diese auch noch pflegen. Wenn jetzt du aus dem Nichts kommst und das Grundstück haben willst, dann sind die bereit, das Grundstück an dich zu verkaufen. Die Argumente hast du auf deiner Seite und kannst bei der Preisverhandlung den Preis nach unten drücken. Vorteil für dich? Du bekommst sehr günstig ein Grundstück. Vorteil für die Gemeinde? Die haben endlich ein Grundstück und die Pflege los. Als weiteren Vorteil für dich sehe ich, dass es ein interessantes Grundstück ist und das Haus, was auf solch einem Grundstück steht, muss dann auch auf die Umgebung und die Gegebenheiten reagieren. Was einfach heißt, dass es kein Standardhaus sein wird. Je nach Grundstück ist es durchaus möglich, dass das Grundstück gar nicht erschlossen ist und du noch das Grundstück erschließen musst. Das muss man vorher wissen und entsprechend bei dem Kaufpreis argumentieren. Die Kosten für ein Restgrundstück bewegen sich deutlich unter dem Marktwert. Dadurch, dass du selbst aktiv wirst, musst du auch keine Maklerkotage zahlen. Fünfte Idee. Großes Grundstück teilen. Die wenigsten von den Bauherren werden nach einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück suchen oder einem 900 Quadratmeter Grundstück. Doch je nach Kontext und Anbindung kann ein großes Grundstück gekauft werden, erschlossen und in kleinere Grundstücke aufgeteilt und verkauft werden. Die Meisterklasse ist es dann natürlich, nicht nur die Grundstücke zu verkaufen, sondern das Grundstück inklusive dem Haus, was draufsteht. Es ist schon eine unternehmerische Tätigkeit und man muss dabei ein wenig mehr beachten, um es anzugehen. Aber es kann sich für dich sehr lohnen. Die großen Grundstücke sind nicht erschlossen und haben bedingt durch die Größe einen deutlich geringeren Quadratmeterpreis. 50% zum Marktpreis sind da schon drin. Du musst keine Maklerkotage zahlen, da diese Grundstücke in der Regel von dir gezielt gesucht werden müssen. Der große Vorteil ist, dass du ein 900 Quadratmeter Grundstück in drei Grundstücke aufteilen kannst und dir das Filetstück reservierst. Mit dem Gewinn aus dem Grundstückshandel kannst du dann dein Eigenkapital erhöhen. Bei einem guten Verhandlungsgeschick kann es sogar sein, dass du unterdurchschnittlich einkaufst und überdurchschnittlich verkaufst. Dadurch erhöht sich die Gewinnspanne und du könntest im Idealfall dein eigenes Grundstück dann komplett umsonst bekommen. Der Vorteil ist, dass du selbst aktiv werden kannst und dann aus deiner Unternehmung viele Vorteile mitnehmen kannst. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass man den Vorteil auch als Nachteil auslegen kann. Na ja, dadurch, dass du viel Einfluss auf den Ausgang hast, kann es sein, dass es nicht mehr so erfolgreich sein wird wie geplant. Aber im schlimmsten Fall kannst du die Grundstücke zum Einkaufspreis verkaufen. Da kriegst du die sicher los. Und in meinen Augen ist es ein Nachteil mit einer eher geringeren Gewichtung. Es sollte dir aber auch bewusst sein, dass dieser Weg mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wenn du möglichst schnell das Ganze umgesetzt haben willst, dann ist es nichts für dich. Hast du aber noch Zeit und schaust dich so langsam um, dann würde ich das an deiner Stelle in das Beuteschema mit aufnehmen. Ja, das waren die fünf Grundstücksarten, damit du einen Überblick bekommst und so dir dein individuelles Beuteschema aufbaust. Es geht einfach darum, dass du zunächst überhaupt weißt, wonach du suchen solltest, bevor du dann richtig loslegst. Hier noch einmal die fünf Ideen. Erstens, das Grundstück im Neubaugebiet. Zweitens, die Baulücke. Drittens, der Bestand zum Abriss. Viertens, unschöne Restgrundstücke. Und fünftens, ein großes Grundstück teilen. Ja, ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg beim Erstellen von deinem Beuteschema und immer daran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Wert. Dein Max.